Hallo und guten Tag, hier ist wieder Berti Klein. Ich bin wieder unterwegs. Ich mache einen Spaziergang und bin jetzt hier oben auf dem Bärenbrückelchen angekommen. Das liegt zwischen Lahnstein und Braubach und ist eine ziemliche Felshöhe. Schauen Sie doch mal. Von hier oben hat man einen fantastischen Ausblick. Man sieht Lahnstein, den Rhein. Hier oben ist es natürlich sehr windig, deswegen pfeift es mir auch ganz schön um die Ohren. Da hinten ist Braubach und die Marksburg. Vielleicht sind Sie ja auf den Geschmack gekommen. Lassen Sie sich mal hier sehen. Wir sehen uns. Tschüss.